28. Dezember 2021 und wir sehen hier nicht nur das Baumhaus und den Winter, nein überdeutlich sieht man heute die Chemtrails, überdeutlich. Es sind also auch einige geflogen, erkennt man auch zu allen Seiten. Ich kann hier alle Seiten einsehen über all diese Chemtrails. Und ich möchte euch sagen, also die Geimpften und die Getesteten, die werden ja krank und die fangen jetzt langsam an zu sterben, was man dann wieder als Omikron bezeichnet und dann sagt, wir müssen dann noch mehr impfen, wir werden noch mehr sterben. Also lasst euch nicht impfen, lasst euch nicht testen, spielt das Ganze nicht mehr mit, wehrt euch, das Ganze ist Notwehr. Wenn einer euch umbringen will, könnt ihr ja Notwehr anwenden und genießt den schönen Winter. Die meisten, die solche Videos machen wie ich, die sitzen ja unter Palmen. Ich möchte euch also hier zeigen, dass es dann auch anders geht, nicht nur Palmen. Da muss man natürlich bedenken, dass man hier Heizmaterial braucht. Das hat man im südlichen Land nicht, ist dann billiger langfristig. So, schaut es euch an. Ich möchte euch an, 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 ich Vielen Dank.